Ah, ah, ah! Ach, moin! Willst du mir auch geben, bitte Arbeit zu kicken? Haha, ja. Sie fragt, was ich hier jetzt mögen. ich habe keine angst für fische ist das schön wie so weh da kann man immer und das schöne wie so arbeiten ist wenn man die luftmatratze mit hat man kann auch einfach hier gemütliche mittelstunden morgen hier kriegt man das urlaub an der küste